hallo und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen kanal heute schauen wir uns mal wieder was von rob lundgren an und zwar der in the end gecovert live vocal cover tribute to chester bennington ich bin sehr gespannt ist ein toller song und ich bin sehr gespannt wie das cover ist er versucht gar nicht so richtig den paar zu rappen am original ist das ja gerappt er singt das hier macht er fein ich finde es klingt gesungen auch richtig gut ne ich meine der rap part im original ist auch geil aber gesungen klingt das auch toll so hard you try keep that in mind i designed this rhyme to remind myself how i tried so hard despite the way you were mocking me acting like i was part of your property remembering all the times you fall for me i'm surprised it got so things aren't the way they were before you wouldn't even recognize me anymore not that you knew me back then but it all comes back to me in the end in the end you kept everything inside and even though i tried it all fell apart what it meant for me will eventually be a memory of the time when i tried so hard and got so far but in the end it doesn't even matter i had to fall to lose it all but in the end it doesn't even matter i've put my trust in you pushed as far as i can go for all this there's only one thing you should know i tried so hard and got so far but in the end it doesn't even matter i've put my trust in you pushed as far as i can go for all this there's only one thing you should know i tried so hard and got so far but in the end it doesn't even matter i had to fall to lose it all but in the end it doesn't even matter rest in peace jester so lange ist das schon her man kann es immer noch nicht so richtig fassen ja ich würde nicht sagen dass es besser ist als das original weil ich glaube das ist fast unmöglich ähm chester ist seine stimme ist einfach so einzigartig und er fehlt er fehlt wirklich sehr schade aber nam hat er auch gemacht na guck aber trotzdem ein richtig tolles cover hat mir super gefallen ähm ja und wenn es euch gefallen hat geht zum original video lasst ein like da link in der video beschreibung und gern auch bei mir und da lassen wenn ihr möchtet und ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss bis zum nächsten mal bai 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 bai